Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von Playgallern. In der letzten Folge sind wir ja hier in der Stadt gewesen und hatten ein paar Freunde, die uns nicht willkommen hießen. Oh, Pillen, sehr nice. Ja, wie gesagt, also die wollten uns überfallen. Der eine hat zwar so getan, als wenn es ihm nicht gut geht, aber ja, ihm... Oh, ich pfeife! Oh gut, noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Ich persönlich konnte auch erst sehr spät pfeifen. Ich glaube, mit 13 oder 14 habe ich es erst so richtig hinbekommen. Ah, das war gut zu sein. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Ach, außenrum, okay. So, ich... Wir waren bei einem Thema stehen geblieben, aber dann kam ja Ellie mit dem Pfeifen... Ich kann mich nicht mehr an das Thema erinnern, sorry dafür. Flaschen haben wir genug. Ich meine, ich bin dabei. Ich nehme lieber die andere Pistole, weil sie mehr Schuss hat. Und zwei Schüsse werden für drei Personen auf gar keinen Fall reichen im Notfall. Wo ist... Achso, da, okay. Wir sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldflüge. Vielleicht müssen wir sie sogar gar nicht erschießen. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Wir müssen da oben lang zur Brücke. Die sehen uns wirklich nicht, was? Scheiße. Bleiben die jetzt hier stehen, oder was? Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lass uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten... Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen die sogar wirklich nicht erschießen. Trifft sich doch eigentlich relativ gut. Ich glaube, sie sind weg. Mann. Hey. Okay, und wie kommen wir hier hoch? Achso, über das Auto, okay. Das Gebiet sieht auch nicht sonderlich nett aus. Wir schaffen das. Ah, da liegt doch was. Vielleicht können wir es aufheben. Sieht aus wie Zahnräder. Perfekt. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. Also, falls ihr es euch durchlesen wollt, würde ich mal so behaupten in der Folge. Drückt einfach auf Pause. Drückt einfach auf Pause, ist ja ein Video und dann geht es jetzt weiter. Sieht aus wie so ein Labyrinth. You'll die before we starve. Was heißt darf? Ich weiß es nicht. Mein Vokabulo... Äh, Vokabuloire. Aber das kann ich richtig aussprechen. Ist nicht besonders hoch im Englischen. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay? Fuck, hier sind welche? Da hast du mitgemacht. Oh, oh. Die Frage ist, kommen die hier lang? Oh. Wir wissen nicht, wie viele hier insgesamt sind. Das kann ja doch relativ viel werden. Bist du noch hin? Okay, perfekt. Da haben wir uns die Vollidioten nicht gesehen und Backsch... Oh. Können wir gebrauchen. Sieht immer aus wie so... Oh Gott. Eli, mach Platz. Mach Platz, mach Platz. Fuck, fuck, fuck. Die haben uns... Hast du gerade die Schüsse nicht gehört da hinten? Ähm... Willst du Kekse? Nein, du bist tot. Bleibt ja nur noch einer, der hat anscheinend nichts gemerkt. Das müssen doch Dummdödel sein. Ich erledige lieber alle, bevor er nachher irgendwie herkommt. Okay, Medikin müssen wir noch nicht nehmen. Erst später. Okay, jetzt werden wir ihn einfach erwürgen. Er hat nichts gemerkt, wie wir... ...an ihn herangeschlichen sind und... ...weiter geht's. Hat doch eigentlich relativ gut geklappt. Wir haben einen Schuss abbekommen. Es war... ...nicht so optimal. Aber... ...man kann das ja auch nicht verhindern. Äh... Doch, konnte man aber. Ich hab's blöd angestellt. Hier liegt nichts. Und ich weiß nicht, ob's hier voll mehr gibt. Denn drei sind wir begegnet. Drei haben wir ausgenockt. Ah, tatsächlich. Was? Da oben ist auch noch einer. Verdammt. Aber sonst ist hier niemand, oder? Exit. Wollen die sich denn nicht aufteilen? Elli, komm mit. Komm mit. Boah. Die Frage ist auch, wo müssen wir jetzt lang? Hier geht's nicht lang. Das ist ein bisschen blöde. Aber... Ja, gut. Die drei stehen immer noch in der Mitte. Die dummen Dödel. Statt, dass sie hier richtig Wache machen. Sind die alle auf nem Fleck. Hast mich nicht gesehen. Ich bin nur eine Illusion. Deine Mutter ist da, Mann. Fuck gesehen. Fuck, 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 fuck. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja, Mann. Ein Kampf zieht das Feuer deiner Gegner auf sich. No shit, Sherlock. Fuck. Wie viele sind denn hier? Zu viele. Ja, die Treppe geht hier natürlich runter. Da hinten auch noch, Mann. Ah, ich muss runter, ich darf nicht rennen. Fuck, aber auch, Mann. Das kann doch nicht sein. Fuck, 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 fuck. Du bestellst. Box zu, Box zu, Box zu, Box zu. Und jetzt runter. Und nehmen Medikids. Nimm, nimm das doch. Okay, danke, Ali. Ich kann wenigstens... Was wir nehmen werden, ist mein Jagdgewehr. Wow, du... Lebensmüder Hund. Die haben Molotovs. Die haben Molotovs. Voll reingelaufen. Sind die blöd? Oh, fuck. Ja, na, ich bin blöd. What the fuck? Wo kam der denn her, Mann? Runter, 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 runter. Man sieht kaum, wo die herkommen, so viele sind das. Halt deine Schnauze, du... Oh, ich muss wieder Medikid... Nee, Mann. Lass mich in Ruhe, ich will mein Medikid nehmen. Das sind meine Drogen. Jawohl. Wow. Wow. Ich bin tot, ich bin sowas von tot, Mann. Das hat gar keinen Sinn. Ich muss es hier klüger angehen, aber die Frage ist, wie? Es sind zu viele. Wie soll ich einzige... Person hier auf 500 Milliarden reagieren? Ich hab die gerade mit der Schrotflinte aus... 5 Meter Distanz in die Brust geschossen und der steht ganz normal. Deine Gegner werden deine letzte bekannte Position herauskriegen. Sei nicht dort, Mama. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Dafür hab ich noch ein Medikid. Oh, fuck. Ich hab gesehen, wie viele das sind. Ich weiß aber nicht, woher die kommen. Ich werd mir jetzt einen Campplatz raussuchen. Wo man relativ gut campen kann. Das hab ich das letzte Mal auch getan bei dem Militär. Ich hab mich hinter der Couch versteckt. Grund. Und ich hab den dreimal mit einer Schrotflinte reingeschossen. Das kann ich... Jetzt reicht's mir langsam. Das ist doch unnormal. Jetzt wieder in die Brust? Wenn er jetzt noch einmal aussteht, dann... Dann ist er aber... Hier ist so ein Goku mit seinen Dragon Balls. Headshot, Mann. Run. Runter. Danke. Ja. Ist er tot. Wie viele... Komm hoch. Ah, da kommt noch mehr. Fuck aber auch. Du wirfst keinen Molotov. Wichser. Gegen die Decke. Fail. Hahaha. Hat er sich jetzt selber verbrannt? Wär lustig. Brenn, Arschloch. Meine Mutter soll brennen. Ich steh ihn. Wieso bin ich ein Arschloch? Ihr wollt mich doch töten. Ich hab dich erwischt. Ja, es hat mich stark erwischt. Ich steh nochmal auf. Alter, der hat mich auf... Was, du hast Munition? Boah, wie viele sind denn hier, die Stress wollen? Ich würde gerne zu den Leichen gucken, ob die Munition haben. Ich werde hier suchen. Los, such da unten. Drei Schüsse. Du musst es down sein. Oh, fuck. Mir geht die Munition aus. Ich geh einfach mal hier lang. Ich muss ja nicht alle erschießen. Das ist kacke. Ich hätte mich so gerne da umgesehen. Da hatte... Da hatten so viele Munition. Fuck, 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 fuck. Ja, die wissen, dass ich da bin. Vielleicht kann ich den ja erwürgen. Ist das der Einzige hier unten? Hier, du Mongo. Können wir ein Medikit machen? Gott sei Dank. Ja. Nein, das brauche ich jetzt wirklich. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Es scheinen hier wirklich alle down zu sein und oben gehe ich nicht mehr hin. Ach. Es sind alle tot hier. Ja, gut. Jetzt können wir uns mal in der Mitte umgucken. Vielleicht liegt hier irgendwo was. Ich muss mal meinen Bogen benutzen für solche Situationen. Was? Da liegt noch was. Okay. Ein Teil einer Schere. Beziehungsweise ein Messer. Puh, das war wieder eine Folge. Okay. Die müssten tot sein, weil Ellie wieder so redet. Normal. Hast du Munition? Nein. Hier liegt... Ah, Gott sei Dank bin ich nochmal hochgegangen, ey. Für die Schrotflinte oder das Physiakewehr? Da braucht man immer Munition für. Baseballschläge haben wir. Liegt da noch was, yo? Ah, Flaschen können wir nicht gebrauchen. Puh. Okay. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei kannibalen essen ein Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Hahaha. Hahaha. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2. Von... Hahaha. Okay. Der wird zwar eigentlich sogar noch relativ... In Ordnung. Ich würde nur sagen, das war's mit der heutigen Folge The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Bis zum nächsten Mal. But... Bye. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020